So, hier haben wir es. Das ohne Sorge. Dieses wundervolle Schloss mit dem kleinen Sonnentempelchen da. Und unterhalb, das ist ja auf so einer Anhöhe gelegen, hier sind jetzt die Weinbergterrassen. Da unten ist die Fontäne, die Häuschen, die ihr da seht. In diesen Holzhäuschen sind die Statuen eingepackt, das sind die Winterhäuschen, damit sie nicht kaputt gehen, damit das Marmor nicht kaputt geht. So, wartet mal, ich muss mich mal hier wieder drehen. So, ihr Süßen, da bin ich wieder. Also, jetzt habe ich nicht den Stab, jetzt habe ich den Arm. Das Telefon klingelt. Ja, also, ich war jetzt gerade im Höfenpick essen und ich habe, also, man kann sogar mit Rösti was falsch machen. Also, manchmal ist es ein bisschen ohne Worte. Ich will jetzt hier das nicht groß, naja, da niederreden, aber das war jetzt nicht so doll. Also, Rösti mit Abenzeller und so. Nur denn, also, der Kaffee war auch nicht toll. Ich gehe jetzt zu einer guten Freundin und wir hätten mir da einen schönen Kaffee machen lassen. Ich habe ja zum Glück, warte mal, ich habe ja in Potsdam, oh, ich habe ja in Potsdam ein paar Freunde und Bekannte und Familie. Insofern ist das sehr schön. So, also, ich gehe jetzt mal hier runter. Also, nehme ich die Treppen mit und, seht ihr das hier noch? Ich weiß gar nicht, wo meine Mütze ist. Die ist jetzt irgendwie weg. So. Also, ich jetzt hier die Treppen runter stürze. So, also. Kann man ganz gut sehen. Ja. Und, jawohl, ich fände nicht drauf. Wow, ich freue mich. So. Man hört hier alle möglichen Sprachen. Ja, Potsdam ist international. Ja. Also, wer hier lebt, da leben die Menschen hier, wo andere Urlaub machen, ne? Ach, ich hatte übrigens eine tolle Begegnung eben. Und zwar, in diesem Möwenpick war so eine Reisegruppe. Die kamen aus Australien. Und die haben so eine Europatour. Also, Berlin, Prag, Budapest, Wien, Krakow und so weiter. Und ich habe mich dann, weil es war total voll, und ich habe mich dann an so einen Tisch dazugesetzt, lauter australischen Mädels, und habe mit denen geschwatzt. Und es war richtig schön. Ja. Ansonsten ist der Brandenburger im Allgemeinen ja nicht so gesprächig. Die sind oft ein bisschen, naja. Ich möchte es vor dem ausdrücken. Also, sie sind nicht so fröhlich, so lebensbejahend. Also, Quatsch, lebensbejahend. Also, so, naja, so mit Fremden, so, ne? Die sind ein bisschen mürrisch. Also, ein bisschen Brandenburger. Ich bin Brandenburger. Nein, was war das ganz süfft? Also, das war nicht toll, aber die Bekanntschaft nach der ganze Zeit. Aber kann man das jetzt so. Okay, ich, ich, ich werde jetzt noch umschwenken, dass ihr das Schloss seht. Einmal das Schloss Sanssouzis. Unes Orgais. Wie Friedrich Wilhelm dieses Kleinod nannte. Ja, achso, und hier, guck mal, das sind jetzt diese Weinberg. Deswegen nennt sich das auch Weinbergterrassen hier zum Schloss hoch. Das sind diese Unterglassen, die, deshalb werden diese Trauben auch relativ süß. Da wurde dann Wein damals schon gewonnen. Hier sind dann die Rebstöcke. Und, mal sehen, ne? Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen. Also, hier wächst dann irgend so ein Riesling oder so. Ich weiß nicht, was das für eine Traube ist. Ja, also, ich gehe jetzt mal mit euch runter zu der Fortäne. Die ist jetzt natürlich auf Sparflamme gestellt. Normalerweise ist die Meter hoch und sprudelt so früh nicht vor sich hin. Ja, es ist noch alles Winterschloss. Wir sind zwar schon mal unterwegs, aber wirklich verschwindend gering wenige. Normalerweise trampeln sich die Leute hier. Also, na, das ist echt sehr voll sonst. So, also, Smedis. Ich mache mir meinen Schwenk zu diesem entzückenden, wunderbaren Schloss. Ja. So, Schloss Sanssouci. Ja. Das sind die Häuschen, von denen ich gesprochen habe. So. Und, jetzt gehe ich gleich nochmal zu meinem Jesus. Den kennt ihr, ja? Jesus Superstar. Den kennt ihr von den letzten Potsdam Vlogs. Und wer zu meinem, wer zu meiner, zu meiner Glücksmutter, Muschel gehen, die kennt ihr ja auch. Nicht Muschel, zur Schnecke, zum Schnecksche. Werde ich gehen und werde da wieder den Wunsch da lassen. Also, irgendwann könnte er sich ja mal erfüllen, ne? So, also, das sind jetzt vor frühlingshafte Impressionen aus Potsdam. Ach Mensch, da ist der Baum, wo immer meine Kinder mit der Cookie saßen und wir Frühspiel gespielt haben. Früher durfte man das hier nicht so, man durfte auch noch das Picknick hier machen auf den Wiesen. Also, vorausgesetzt, man hat, man hat das wieder weggemacht. Aber das hat man ja gemacht. Ja, hier ist so ein Baum. Das war auch so unser Family-Baum. Und, da gibt es so schöne Fotos noch von meinen süßen Kindern und dem süßen Hund. Damals hatte ich ja noch einen Mann. Jetzt habe ich nur noch mich. Okay, und diese Wiese, das fand ich immer schon so toll, da blühen so eine Menge Krokusse. Krokusse ist doch richtig, ne? Die Merzer von Krokusse sind die Krokusse, oder? Okay, also, die sind nur ein paar kleine. So ein paar kleine, aber warte mal, warte mal. Ich laufe mit euch mal, das ist dieser Baum. Übrigens, das ist so ein richtig toller Mangutbaum. Guck mal, wie toll der aussieht. Keine Ahnung, wie der heißt. Der hat ein ganz irres Rotzöberg, das noch freigelegt ist. Und das hier ist jetzt mein natürlicher, super, duper Frühlingsgruß an euch, ihr Süßen. Seid gut zu euch. Und see you soon. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.